Wittenberge. Die neue Aufzuganlage an der Rückseite des Wittenberger Rathauses ist fertiggestellt. Nach der Prüfung der Anlage Mitte Januar dieses Jahres soll der Aufzug kurzfristig in Betrieb gehen. Der Aufzug wurde installiert, damit zukünftig allen Bürgern ein barrierefreier Zugang zur Verwaltung ermöglicht wird. Hierfür wurden Büros in den verschiedenen Stockwerken des Rathauses umgebaut. Über diese erhalten Benutzer der Aufzuganlage Zugang zu den einzelnen Etagen des Verwaltungsgebäudes.